Was machst du gerne? Kochen. Ich liebe Kochen. Kochen und Essen. Schlafen ist auch super. Kochen und ins Stadion gehen. Meinen Job mache ich wahnsinnig gerne und ich liebe es, neue Musik zu entdecken oder noch mal alte Musik, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, zu feiern. Safe bügeln, Alter. Das weiß kein Mensch, aber bügeln for life auf jeden Fall. Und Deep Talk. Quatschen, klar. Sprechen, lachen, malen aber nicht gut. Das klingt wie ein Kindergartenkind. Andere Leute, die auf die Nerven gehen. Einfach Spaß haben. Das Beste, was alle machen. Das mache ich gerne. Unterhalten. Zeit verbringen mit Menschen, die mir wichtig sind im Leben. Am besten in so einer Bar. Ich liebe so was wie Hotelbars. So Klaviermusik, New York Jazz-Style. Und einfach mit meinen Jungs da abhängen. Ich liebe es, mich mit Menschen zu unterhalten und einfach Leuten zuhören und reden.